ja mitte leute der vierte februar 2009 10 hat die bild-zeitung ein artikel veröffentlicht über reiners ja wo er doch damals diese videos für erwachsene gedreht hat mit ihr wisst ja mit den luans mit der gummipupp und da hat die bild-zeitung online veröffentlicht mit der überschrift der drache zeigt seinen kleinen lord herrlich einfach nur herrlich dann im jahre 21 reiner wird von einem radiosender antenne bayern kurz erwähnt grund geänderte straßennamen auf google maps wie zb der freundin aus denken weg oder auch die lügen gasse ja da habe ich bis damit gewirkt damals das war richtig geil wie sich dabei google maps die straßen straßennamen immer verändert haben also mittel auf leute